Ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Ich sehe da ein lila Red Bull, oder? Hi YouTube, habt ihr euch schon mal gefragt, was passiert, wenn man vier Chaoten aneinanderkettet? Ja, ich auch nicht. Aber ich habe es trotzdem getan und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt. Viel Spaß! Nein, ich wollte nicht! Ihr hättet irgendwie nach rechts gehen können. Ja, ich habe sie auch nicht. Und jetzt rechts. Oh mein Gott. Bei dem ist die gleiche Länge eigentlich. Ich gebe schon, was ihr macht. Ja. Oh! Ich mag euch nicht mehr. Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung! Ja, nee, dann kann ich sie nicht hochziehen. Das ist... Gott, bloß. Verstresst, voll easy. Oh, nee, so... Ja, nee, die macht sich viel zu viel stressen. Oh, nee! Was denn, Mann? Ich schwingt an uns vorbei. Tartan, ey. Chill jetzt. Easy. Jetzt. Los. Warten. Jetzt. Oh mein Gott. Wartet, 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 wartet. Nein. Nein. Meine Ewigkeit später. Eins, zwei, drei. Eins. Oh, nee. Buddy. Wir hatten eben eine Intervention. Das ist, weil ich nicht Wafa gesagt habe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Oh, ich finde es doch schön. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nein. Hoppa. Komm, der jetzt! Komm, der jetzt! Komm, der jetzt! Komm, der jetzt! Oh, komm, der jetzt! Oh, komm, der jetzt! Darf ich den Aufzug jetzt? Nein, wir gehen hier in kein Risiko ein und gehen irgendwo an, also ab in diesen Aufzug. Flügel, Flügel! Ja, es geht auf, geht! Da schau, geht doch. Oh, Leine. Oh, nee, oh, ne, nee, 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 nee! Bin sogar dabei? Nein, ich fühl! Wieso, wieso, ich? Wenn ich heute so viele männliche Ischen lösse, werdet ihr wahrscheinlich nie wiedersehen, wie sie sich vor euch hin und her bewegen. Wer sich alleine festhält? tschuldigung können wir nicht in hosen hier geben hier doch jetzt sobald die stacheln durch ich glaube wir müssen in der blubber blase bleiben ja ja ich habe uns das war für mich ja ich habe es gar nicht brauche keine absprechen machen das ist ja auch zu das bewegt sich doch so wie das wahrscheinlich eine hand von irgendwem da war keiner von uns dran aber wirklich keiner 1,2,3 bingobongos bingobongo 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 warte noch jetzt ich sage jetzt die sekunden später wird gelaufen ich war die erste die gelaufen ist ok das stimmt ich dachte so laufen wir jetzt noch oder das dreht sich zu hundertprozentig ja es ist hundertprozentig los weiter gleich weiter gleich weiter noch mal darauf noch mal darauf noch mal jetzt pink nach fast vier stunden jetzt macht es ja ein bisschen spaß guter korn ja dann müssen wir zusammen springen genetzt alle zusammen 1,2,3 oh mein gott ich bin doch mal gesprungen zu beleid nein ich bin gesprungen phil du hast uns nicht wackeln nicht wackeln man kann nicht aufhören zu wackeln noch ein zählt wenn einer runterfällt sofort eh drücken weil dann steht ihr stabiler runter gucken und eh drücken dann steht ihr ein ganzes stück stabiler jaa ich spring jetzt rüber ich bin jetzt rüber 1,2,3 ich bin und vorbeigesprungen nein non wir können ja auch die unteren kränge nehmen ne wir können hier so von den rechten neun das ist jetzt rüber rüber oder let's let's do 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 oh mein gott blib 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 ne da ne 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 Ja, der steht nicht alles! Geh rein, geh rein! Ja, 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 er macht das, er macht das! Ihr seid so Macher. Und, und, los! Entschuldigung! Die Kiste und dann warten! Ja, oh, true, wir können einfach schon vorbei. Kommt ihr, eins, zwei, wir müssen... Hast du zugehört, Jesse? Links, 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 links! Links, weiter, weiter, weiter... Und jetzt warten wir einfach. Nee, links machen ein bisschen mehr Platz, tatsächlich. Das war's. Ja, aber die Kiste hat... Ich hätte die Kette nicht getan. Ich glaub nicht, dass man das eigentlich so machen sollte. Aber wir machen's einfach so. Wuh! Och, nö, also Feuer, Eis... Feuer, Eis, Eis, Feuer, Feuer, Eis, Feuer, Eis. Bouncy? Oder nicht? Oh! Oh! Das heißt, wir müssen da schnell durch. Okay. Drei, zwei, eins, let's go. Nein, 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 fuck. Aber knapp, 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 knapp. Wir werden jetzt wohl darüber katapultiert. Äh, ja, glaub ich, stür ich auch. Ich stür ich mal da hinten. Ach, wow. Und wir fliegen jetzt so... So gegen dieses Gebäude ging. Ja. Ja, und dann fallen wir irgendwo hin. Oh, okay. Okay, never let them know your next move. Haben wir tatsächlich eine Abkürzung genommen? Nein. Ne, wir hätten geradeaus gar nicht runtergekommt. Ja, das sag ich doch. Oh. Da ist... Äh, geradeaus und dann nach links wieder. Ja. Wir müssen auf den, der dahinter ist noch. Und los. Und links. Ah, Entschuldigung. Ich hab richtig Schwäche. Oh, Luftbilanzi. Ähm, müssen wir noch was machen vielleicht? Ja, ne, dessen muss auch noch rein. Wir müssen alle rein direkt. Oder? Ne, ich glaub der ist zu klein. Ah. Ah. Halt mal. Springen. 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 Hopp. Hopp. Platzt er? Für die Wissenschaft. Ich hab... Oh, 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 rennt. Oh, er platzt wohl nicht. Miska? Muska? Micky? Maus? Mein Fenster ist auf. Fuck off. Wow. The final trials. Oh, der platzt wohl nicht. Oh. 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 Oh, 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 oh. Ah, ja, war schön. Was ist das? The final trials. Jetzt könnte jemand das so schneiden, als wären wir nie runtergefallen. Schlechte Idee. Ich hab alles gegeben. Ich hab alles gegeben für... Oh, 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 oh. Ich hab alles gesehen. Das mal noch quasi double. Oh, ist das fies. Äh... Mit the final trials. Oh nein, nein. Timon, mach neu. Mach neu. Wow. The final trials. Jetzt springt halt schon nach vorne. Wenn noch keiner von uns da ist. Verdammt. Ich will keine den Frau da sein. Almost wow. doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht normal einfach mal laufen 97 alter kenne ich so es ist traurig normal okay das noch mal an kurz wir gehen danach nach der wand gehen wir 1 2 3 auch voll schön auf einmal einfach sunset mitte 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 nächsten nächsten jetzt 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 oh mein gott ich habe vergessen dass das hier weg geht ich wusste das nicht normal traurig traurig oh mein gott ich habe den falschen klopf gedrückt normal traurig traurig okay genau rechts 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 links einfach genau traurig normal wirklich traurig normal glücklich und rechts 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 oh mein gott ich will weitermachen ich wäre noch drei jahre da lang gelaufen real talk doch nicht oh mein gott oh mein gott und er war ich nach acht stunden noch nicht so weit sie fragen muss der große ja der große muss hoch doch doch nicht dass man den kleinen unten auch junge fiebertraum weiter 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 haben wir es geschafft noch nicht ganz oh mein gott ist das heaven ach du scheiße hier kommt so dolle was oh mein gott doch nicht oh doch verletzter rota keine ketten mehr kann ich endlich alleine sterben gehen und warum das springen wir können nicht ach schau da oder hinten vielleicht hinten hinten ne warte dann kriegst du den erfolg glaube ich ja aber ich muss dieses difficult game weiterspielen noch hast du es eigentlich durchgespielt das war ich auch nicht also ich bin gefahren gaming und climbing ist einfach nicht so dass das ich will wie sie sagen du bist doppel D doppel D hast du in deinen Namen aber das sind der kunden du bist alles was ich sehe ich will dich nur noch einmal fragen ob du vorst du merkst du geht Bis zum nächsten Mal.